Hikopod. Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Moin an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Jans Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wie wird man eigentlich Architekt? In der Regel gehört dazu ein Studium, in dem sowohl das theoretische Hintergrundwissen zu Baustilen, Kunstgeschichte und Gestaltungslehre als auch praktische Übungen zum Zeichnen und Entwerfen am PC vermittelt werden. Doch wie gestaltete sich der Weg zum Baukünstler in Preußen zur Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik? In einer Zeit, die sowohl gesellschaftlich als auch im Hochschulwesen geprägt war von Unbrüchen. Wie wurden die Männer und später auch Frauen ausgebildet, deren Bauwerke bis heute überall in Berlin zu sehen sind und die maßgeblich die Entwicklung der Architektur der Moderne in Deutschland und Europa prägten? Dazu sprechen wir heute mit Stephanie Fink, die in ihrer Dissertation die Architektenausbildung an der Technischen Hochschule Berlin zwischen 1879 und 1922 untersucht. Dafür erhielt sie 2018 auch den HIKO-Nachwuchspreis. Sie hat selbst an der Technischen Universität Berlin und der Freien Universität Berlin Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften studiert und war danach in verschiedenen Bereichen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kuratorin und freiberufliche Kunsthistorikerin tätig. Unter anderem war sie auch an der Organisation der Tagung der HIKO zum 100-jährigen Jubiläum Groß Berlins in 2020 beteiligt. Hallo Frau Fink. Hallo Herr Bergmann, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass Sie heute hier sind. Also gleich vorweg möchte ich einmal fragen, weil ich das persönlich immer ganz spannend finde. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, sich in Ihrer Doktorarbeit mit diesem Thema zu beschäftigen? Wie ich zu dem Thema gekommen bin, hatte eigentlich mehrere Auslöser. Ich hatte mich immer mit verschiedenen Biografien von verschiedenen Architekten des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt und stieß aber auffällig oft darauf, dass die meisten von Ihnen an der Berliner Hochschule studiert hatten. Es handelte sich um Architekten, die ganz unterschiedlich gearbeitet haben. Einige in historischen Stilen, andere aber ganz modern mit neuen Formen sprachen. Es ergab sich also für mich die Frage, was diese Architekten gelernt hatten, dass sie die Architektur am Beginn des 20. Jahrhunderts derart verändern konnten. Als ich dann konkret danach recherchierte, wer alles während der Kaiserzeit an der Berliner Hochschule Architektur studiert hatte, war ich ziemlich baff. Denn es handelte sich um das Who's Who der modernen Architektur. Also zum Beispiel Otto Bartning, Paul Mebels, Erich Mendelssohn oder Max Berg, aber auch Hermann Mutesius, Hans Pölzig oder Lotte Kohn. Und nicht zu vergessen natürlich die wohl bekanntesten Architekten Walter Gropius, Hans Scharon und Bruno Taut. Damit entpuppte sich die Architekturabteilung der Berliner Hochschule als ein Ausgangsort für die moderne Architektur. Was mich nach dieser Recherche jedoch verwundert hatte, war, dass die Berliner Architekturlehre völlig unerforscht war. So ist dann das Dissertationsthema entstanden. Als ich in das Thema näher eingestiegen bin, habe ich schnell gemerkt, dass die Architekturlehre während des Kaiserreiches bisher überhaupt nicht untersucht war. Also auch nicht für andere deutschsprachige Hochschulen. Das hat mich sehr verwundert, da doch gerade in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg all diejenigen Architekten studiert haben, denen wir die moderne Architektur verdanken. Aus diesem Grund schließe ich mit meiner Dissertation nun eine Forschungslücke. Nicht nur für die Berliner Architekturgeschichte, sondern für die deutsche Architekturgeschichte allgemein. Bevor Sie uns nun gleich mitnehmen in den Studentenalltag am Ende des 19. Jahrhunderts, wollen wir ganz zu Anfang kurz einen Blick auf die Ausbildungsstätte selbst werfen. Denn die damalige Königlich-Technische Hochschule zu Berlin, an der die künftigen preußischen Architekten ihren Beruf erlernten, gibt es ja weiterhin. Es ist heute die Technische Universität Berlin, an der Sie auch studiert haben. Können Sie vielleicht ein paar Worte zu dieser Hochschule, ihrer Entwicklung und ihrer Bedeutung in Preußen sagen? Natürlich. Die Königlich-Technische Hochschule Berlin ist 1879 aus der Berliner Bauakademie hervorgegangen. Friedrich Wilhelm III. hatte die Bauakademie 1799 gegründet. Ihr Gebäude befand sich gegenüber dem Berliner Schloss am heutigen Schinkelplatz. Die Bauakademie hatte allen voran die Aufgabe, geeignete Fachkräfte für die öffentliche Bauverwaltung auszubilden. Denn ein lukrativer Bausektor, ein privater Bausektor und damit auch die großen Architekturbüros entwickelten sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. An der Bauakademie hatten Architekten und Bauingenieure in den ersten drei Jahren zusammen studiert. Erst im vierten Jahr erfolgte dann die Trennung und die Spezialisierung dieser beiden Berufsgruppen. Besonders ab den 1860er Jahren gestaltete sich diese weitgehend gemeinsame Ausbildung jedoch als zunehmend unzureichend. Denn in beiden Berufen waren die Anforderungen aufgrund von Fortschritten im Bereich des Bau- und des Ingenieurwesens gestiegen und machten eine höhere Spezialisierung notwendig. Aus diesem Grund hatte die preußische Bauverwaltung 1876 eine Trennung zwischen beiden Berufen vorgenommen. Diese schlug sich in der Folge dann auch in der Ausbildung nieder. Mit der 1879 gegründeten Technischen Hochschule konnte sich diese Trennung beider Berufe dann auch institutionell manifestieren. Denn Architekten und Bauingenieure wurden fortan in eigenständigen Abteilungen ausgebildet und sie studierten nach eigens auf ihren speziellen beruflichen Anforderungen erstellten Stundenplänen. 1884 wurde dann das neue Hauptgebäude in der Nähe des Tiergartens in Charlottenburg fertiggestellt. Es existiert ja bis heute in wesentlichen Teilen an der Straße des 17. Juni. Die Hochschule zog damit von der Bauakademie in Mitte nach Charlottenburg um. Mit diesem Datum 1879, der Gründung der Technischen Hochschule, haben wir auch den Beginn meines Untersuchungszeitraums. Das Ende 1922 mutet auf den ersten Blick vielleicht willkürlich an. Allerdings stellte sich bei den Recherchen heraus, dass das ursprünglich angedachte Ende 1918, als der Erste Weltkrieg endete und Kaiser Wilhelm II. abdankte, keinen wirklichen Bruch in der Ausbildung der Architekten bedeutete. Der Unterricht wurde wie bisher erst einmal fortgesetzt. Erst 1922 gab es dann umfangreichere Veränderungen im Lehrplan. Sie hingen mit einer deutschlandweiten Diskussion um die Neugestaltung der Architekturlehre zusammen. Denn die Berliner Architekturabteilung war stets eingebunden in ein Netz von insgesamt zehn technischen Hochschulen, an denen im Deutschen Reich Architektur studiert werden konnte. Zwar setzten bereits ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen diesen Hochschulen Bestrebungen ein, die Inhalte des Architekturstudiums stärker anzugleichen. Allerdings wurden diese Bestrebungen verstärkt erst nach dem Ersten Weltkrieg auch umgesetzt. Bei diesen Verhandlungen nahm die Berliner Architekturabteilung als deutschlandweit größte Architekturabteilung eine Vorreiterrolle ein. Mit diesen beiden Daten, 1879 und 1922, erklärt sich also die Spanne meines Untersuchungszeitrums. Die Technische Hochschule bestand dann bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs fort und wurde 1946 als Technische Universität neu gegründet. Sie haben es ja ganz kurz schon angerissen, die Architekturabteilung in der Technischen Hochschule hatte ja gewissermaßen so eine Sonderstellung. In ihr vereinten sich zudem sehr unterschiedliche Zweige. Es gab die eher technisch-handwerklichen Inhalte und die künstlerisch-theoretische Seite. Wie genau war denn der Fachbereich aufgebaut und welche Lehrstühle gab es? Und änderte sich später diese Zusammensetzung und die Schwerpunkte im Verlauf Ihres Untersuchungszeitraums? Nun, vorab vielleicht ein paar kurze Worte zum organisatorischen Aufbau der Hochschule. Sie setzte sich aus dem Rektor, dem Hochschulsenat und natürlich den einzelnen Abteilungen zusammen. Das Lehrpersonal in den einzelnen Abteilungen bestand aus ordentlichen Professoren, Dozenten und Privatdozenten. Die ordentlichen Professoren und auch einzelne Dozenten bildeten das Kollegium, das sich beispielsweise mit den Berufungen oder der Gestaltung der Lehrpläne beschäftigte. Und was die Architekturabteilung und deren Lehre angeht, so haben sie es eben schon angedeutet. Das Besondere am Architekturstudium ist ja bis heute diese Zwitterstellung zwischen Kunst und Technik, also ganz entgegen Studiengängen wie dem Bau- oder dem Maschineningenieurwesen, die einen fast ausschließlich technischen Schwerpunkt besitzen. Diese Sonderstellung der Architektenausbildung widerspiegelte sich natürlich auch in einem vielfältigen Lehrpersonal. Es setzte sich allen voran aus Architekten zusammen, aber auch aus Ingenieuren, Kunsthistorikern und Künstlern und diese wiederum gehörten verschiedenen Lehrgebieten an. Zu diesen Lehrgebieten zählten die technisch-konstruktiven Fächer wie Baukonstruktionslehre. Sie setzten gleich am Beginn des Studiums ein, sowie auch die kunstpraktischen Fächer, also Ornament zeichnen, Landschaft zeichnen und Figuren zeichnen, aber auch modellieren. Ergänzend dazu gab es natürlich auch Dozenten, die für die historische und ästhetische Unterrichtung zuständig waren. Hierzu gehörte die Baugeschichte und die Kunstgeschichte. Gerade die kunsthistorischen Vorlesungen besaßen dabei eine beeindruckende inhaltliche Tiefe, die die Studierenden zum Beispiel auch darin befähigten, Vorlagen für mittelalterliche Glasmalereien oder antike Raumausmalungen zu erstellen. Diese technisch-konstruktiven, kunstpraktischen und kunsttheoretischen Fächer bildeten die Schwerpunkte des zweijährigen Grundstudiums. Sie wurden im anschließenden zweijährigen Hauptstudium fortgesetzt. Ergänzend kamen nun aber auch die Entwurfskurse hinzu, auf die all die anderen Fächer hingewirkt hatten. Sie beanspruchten die meiste Zeit im Stundenplan. Einzelne Entwurfskurse widmeten sich den historischen Bauepochen und die Studierenden lernten hier Bauten im Stil der Antike, des Mittelalters und der Renaissance zu entwerfen. Sie fertigten in diesen Übungen vorrangig Entwürfe für Sakralbauten, für Gebäude der Justiz, Bildung, für die Kultur und der Verwaltung an, also beispielsweise Gerichte, Schulen, Museen oder Rathäuser. Es entstanden aber auch Bauideen für finanzkräftige Auftraggeber. Hierzu zählten beispielsweise repräsentative Land- und Stadtvillen. Sie fragten nach Veränderungen in den Schwerpunkten. In den knapp 45 Jahren, die ich untersucht habe, änderten sich diese Lehrgebiete und die Ausrichtung der einzelnen Unterrichte im Wesentlichen nur wenig. Erst 1922 fanden dann größere Veränderungen statt. Es wurden dann zum Beispiel Fächer wie Handwerkskunde, Akustik oder Gartendenkmalpflege eingeführt. Diese Kontinuität bis 1922 hatte sicherlich besonders damit zu tun, dass zumindest bis 1918 das politische und gesellschaftliche System sich kaum änderte und damit auch die Anforderungen an die Architekten weitgehend gleich blieben. Aber auch an den Architekturabteilungen der anderen deutschen Hochschulen veränderte sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nur wenig. Denn auch wenn ich die Berliner Architekturlehre untersuche, schaue ich natürlich immer wieder vergleichend auch die Entwicklungen an den anderen deutschen Architekturabteilungen an. Während nun die Lehrgebiete und ihre inhaltlichen Ausrichtungen weitgehend gleich blieben, gab es selbstverständlich aber auch Ergänzungen, also neue Unterrichte, die dem Lehrplan hinzugefügt wurden. Allen voran gehörten hierzu die Denkmalpflege und der Städtebau. Beide Disziplinen hatten im ausgehenden 19. Jahrhundert eine zunehmend größere Rolle in der Arbeit der Architekten gespielt. Und hier war die Berliner Architekturabteilung Vorreiter, denn deutschlandweit wurde hier die erste ordentliche Professur für Denkmalpflege installiert. Zudem besaß die Abteilung mit Theodor Göcke reichsweit auch erstmals einen Dozenten, der sich mit dem sozialen Städtebau beschäftigte. Gerade die prekären Wohnverhältnisse der Arbeiter in Berlin, aber natürlich auch in anderen Metropolen, hatten eine wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema längst überfällig gemacht. Und die Architekten sahen sich bis zu Göckes Engagement nicht zuständig dafür, denn der Mietwohnungsbau war salopp gesagt unter ihrer Würde. Ja, jetzt haben wir viel so über den theoretischen Aufbau und die Lehrpläne und die ganzen Strukturen gesprochen. Wie muss ich mir denn jetzt als Architekturstudent damals den Alltag vorstellen? Bei einem Fach, was so greifbare Ergebnisse hat, bieten sich ja auch Exkursionen mit entsprechendem Anschauungsmaterial an. Spielt denn hier die Berliner Umgebung auch eine Rolle für das Studium? Auf jeden Fall. Die Lehrinhalte wurden den Studierenden auf die vielfältigste Art vermittelt. Zunächst einmal bildeten natürlich die klassischen Vorlesungen und Übungen den Kern des Unterrichts. Diese fanden zumeist im Hochschulgebäude statt. Allerdings legten die Professoren der Architekturabteilung großen Wert darauf, den Unterricht anschaulich zu gestalten. Hierfür nutzten sie beispielsweise die hauptstädtischen Museen, aber auch verschiedene Sammlungen, über die die Hochschule selbst verfügte. Dazu gehörte insbesondere das Architekturmuseum, das Julius Raschdorf in den 1880er Jahren begründet hatte. Es existiert ja bis heute das Architekturmuseum an der TU. Hierin sammelten Raschdorf und seine Nachfolger unter anderem die Nachlässe von Architekten oder die prämierten Entwürfe von Architekturwettbewerben, beispielsweise dem Schinkelwettbewerb, der ja bis heute existiert. Ein für meine Arbeit zentraler Sammlungsbereich des Architekturmuseums sind aber auch die Entwürfe, die die Studierenden in den verschiedenen Übungen anfertigten. Sie sind heute noch teilweise überliefert und geben mir wichtige Auskünfte zu den Lehrinhalten der einzelnen Entwurfsprofessuren. Und natürlich gab es auch Exkursionen. Sie sprachen es ja eben an. Diese fanden innerhalb Berlins statt und führten zum Beispiel zum Landschaftszeichnen in die Parks oder zu aktuellen Bauprojekten von Professoren. Sie führten aber auch in die Nähe und weitere Umgebungen, beispielsweise nach Lenin, Korin oder Stendal und Tangamünde, wo die mittelalterliche Architektur dann im Mittelpunkt stand. Einzelne Professoren wie Karl Schäfer oder Christoph Hehl führten auch mehrwöchige Exkursionen durch, beispielsweise nach Süd- und Westdeutschland, aber vor allen Dingen auch nach Italien und Frankreich. Auf solchen Reisen verteilten sich die Studierenden tagsüber vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, um Bauaufnahmen anzufertigen und abends ließen sie es dann mit ihrem Professor in geselliger Runde ordentlich krachen. Neben diesen erwähnten Exkursionen und den Museen bot aber auch das Hochschulgebäude selbst viel Stoff für einen anschaulichen Unterricht. An dem Gebäude hatte der Professor für Baukonstruktionslehre Hugo Koch mitgearbeitet. Vor Ort erklärte er seinen Studierenden, woher die Baustoffe beispielsweise für die Fußböden, die Treppengeländer oder die Wand- und Fassadenverkleidung stammten. Er beschrieb ihnen dann ausführlich, wie diese Materialien gewonnen und bearbeitet wurden. Damit Koch die Herkunft der verschiedenen am Bau verwendeten Hölzer auch in Natura zeigen konnte, besaß der Hochschulgarten hinter dem Hauptgebäude eine Vielzahl unterschiedlicher Baumarten. Und in dem Hochschulgarten selbst hatte auch Johann Eduard Jakobsthal, der das Ornamentzeichen lehrte, ein eigenes Gewächshaus betrieben. Hierin züchtete er für seinen Unterricht verschiedene südländische Pflanzen, die seine Schüler abzeichneten oder ihren Ornamententwürfen zugrunde legten. Daneben gab es aber auch Laborunterrichte. Die Studierenden mussten am Anfang ihrer Ausbildung verschiedene naturwissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie oder Geologie besuchen. Und nicht zu vergessen, dass Feldmessen in den Baugrundstücke vermessen wurden. Dieses Fach fand natürlich auch zumeist außerhalb der Hochschule statt. Der Unterricht für die Architekten, kann man also sagen, wurde an den verschiedensten Orten durchgeführt, nicht nur in den Hör- und Übungssälen. Ich muss sagen, ich werde fast neidisch. Also so viel irgendwie Praxis und Abwechslung hätte ich mir im Geschichtsstudium manchmal auch gewünscht. Es geht uns allen so, glaube ich, auch bei den Kunsthistorikern. Also wir haben ja jetzt das Fach und die Organisation der Hochschule, den Aufbau des Studiums angeschaut. Aber ein wichtiger Bestandteil fehlt natürlich noch, nämlich die Akteure. Was für Menschen studierten denn damals Architektur an der TH und wer brachte es ihnen bei? Ich denke, Ihre Frage zielt besonders auf die soziale Herkunft von Lehrern und Studierenden ab. Nun, was das Lehrpersonal angeht, so konnte ich hierbei auf Untersuchungen zur Professorenschaft der Berliner Hochschule von Wolfram Kendler zurückgreifen. Er hatte herausgearbeitet, dass sich die Professoren hier stärker als bei den Universitäten aus den mittleren und unteren Schichten des Bürgertums rekrutierten, größtenteils aus mittleren und kleineren Beamten- und Handwerkerhaushalten. Ab 1900 erhöhte sich dann der Anteil an solchen Lehrern, die aus dem Bildungsbürgertum kamen, für die eine Karriere an einer Hochschule nun attraktiv geworden war. Die Frage nach den Studierenden lässt sich hingegen nur schwer beantworten. Es existieren einfach keine Daten dazu. Es gibt jedoch eine Untersuchung von Vincent Clark über die familiäre Herkunft der deutschen Architekten im 19. und 20. Jahrhunderts, die eine Annäherung an diese Frage zur sozialen Herkunft der Studierenden erlaubt. Clarks Untersuchung zufolge hatte die überwiegende Mehrheit der Architekten und damit sicher auch die der Berliner Architekturstudierenden der oberen Mittelklasse angehört, also dem Besitz- und Bildungsbürgertum, in denen die Väter Beamte, Anwälte oder Ärzte waren. Hierzu zählten dann natürlich auch die Architektenhaushalte. Die zweitgrößte Gruppe rekrutierte sich aus dem unteren Mittelstand, also beispielsweise Handwerker, Ladenbesitzer oder niedere Staatsangestellte. Nur ein sehr geringer Teil der Architekten gehörte der Oberschicht an, also Familien von Landbesitzern oder Offizieren. Dieser geringe Teil hatte besonders damit zu tun, dass die Architekten weitgehend als Ingenieure, also Techniker, angesehen wurden. Und diese diffamierte die Oberschicht immer wieder als Parvenus der gebildeten Gesellschaft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber stammte keiner der Studierenden aus der unteren gesellschaftlichen Schicht, also von Fabrikarbeitern, ungelernten Arbeitern oder Hausangestellten ab. Dies begründete sich in den hohen Kosten für das Studium, denn für jede Vorlesung oder Übung mussten die Studierenden direkt ein Honorar an den Lehrer entrichten. Zudem erlaubte es der volle Stundenplan sicherlich nicht, einer Nebentätigkeit nachzugehen, um das Studium zu finanzieren. Hinsichtlich ihrer Frage nach den Studierenden möchte ich noch auf ein anderes Thema eingehen. Die Beschäftigung damit hatte sehr unscheinbar begonnen. Und zwar stieß sich in einer Akte im Geheimstaatsarchiv auf einen kritzeligen und schwer lesbaren Zettel. Der Abteilungsdirektor im Kultusministerium Otto Naumann hatte ihn im April 1908 angefertigt. Es handelte sich um eine Notiz zu einem Gespräch zwischen Naumann, Elisabeth von Knobelsdorf und ihrem Vater. Elisabeth von Knobelsdorf besuchte als Gasthörerin zu diesem Zeitpunkt die Vorlesung an der Berliner Architekturabteilung. Nun aber wollte sie zur Immatrikulation zugelassen werden, um die Prüfungen ablegen zu können. Sie wollte als Architektin in einem Architekturbüro arbeiten. In der Politik liefen im Hintergrund bereits Gespräche, die Frauen zum Studium an den preußischen Universitäten zuzulassen, was ja dann auch im Juni 1908 erfolgte. Allerdings traf dies nur auf die preußischen Universitäten und nicht auf die preußischen Hochschulen zu. Wollte eine Frau hier lediglich als Gasthörerin einzelne Vorlesungen besuchen, bedurfte sie der Zustimmung des Lehrers, dessen Kollegen und des Rektors. Eine Zusage hing aber auch noch, und das ist schon echt fragwürdig aus heutiger Perspektive, vom gesellschaftlichen Stand des Vaters bzw. Ehemanns ab. Es gab also viele Hürden für die Frauen, wenn sie eine akademische Bildung genießen wollten. Das Gespräch mit den Knobelsdorfs löste eine Reihe von Diskussionen aus. Es führte letztlich aber zum gewünschten Erfolg. Ab 1909 durften die Frauen auch an den preußischen Hochschulen studieren. Damit hatte Elisabeth von Knobelsdorf mit ihrem Anliegen, an der Berliner Architekturabteilung studieren zu dürfen, den Frauen den Zugang in die höheren technischen Berufe ermöglicht. Genau ein Jahr nach dem Gespräch mit Otto Naumann schrieb sie sich dann 1909 als erste Architekturstudentin an der Berliner Hochschule ein. Noch im gleichen Monat legte sie ihr Vordiplom ab, zwei Jahre später folgte die Diplomprüfung. Sie war damit die erste Diplomingenieurin Deutschlands und später auch die erste Baubeamtin. Eine Erfolgsgeschichte also mit sehr großer Wirkung, die mit einer unscheinbaren, dahingekritzelten Notiz begann. Das sind ja oftmals die spannendsten Erkenntnisse, irgendwelche vergessene Notizen, wo man sie gar nicht erwartet hat. Allerdings, eher genau. Das ist auch immer der schönste Moment bei den Archivrecherchen, die so mühselig sein können. Sie haben es ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass die Technische Hochschule lange Zeit als Rekrutierungspool für die preußische Bauverwaltung betrachtet wurde. Eine Tätigkeit abseits des Staatsdienstes war nicht vorgesehen oder galt als wenig erstrebniswert und prestigetechtig. Aber wie sah der Weg vom Studium in den Berufsalltag konkret denn aus? Mit welchen Abschlüssen verließ man die Hochschule und welche Berufschancen hatten die Absolventen? Nicht ganz unwichtige Frage. Allerdings. Und auch, was die Abschlüsse angeht, nicht sehr unkomplizierte Antwort. Genau, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Den Anspruch, die Kaderschmiede für den Staatsbaudienst zu sein, hatte die Berliner Architekturabteilung von der Bauakademie übernommen. Dies hatte bei der Bauakademie, wie vorhin schon erwähnt, jedoch den Grund, dass ein privater Bausektor sich erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts herausbildete. Als die Berliner Hochschule dann 1879 gegründet wurde, begann das Verhältnis jedoch zu kippen. Der private Bausektor wurde eine zunehmend lukrativere Einkommensquelle für Architekten. Das öffentliche Bauwesen boomte zwar ebenfalls. Allerdings war die öffentliche Bauverwaltung bereits ab den 1880er Jahren hoffnungslos überfüllt. Es wurden kaum noch neue Architekten eingestellt. Bauzeitungen warnten sogar die Architekturstudierenden davor, eine Anstellung im Staats- oder Kommunalbaudienst anzustreben. Denn es konnte teilweise bis zu 16 Jahre dauern, bis ein Architekt eine Festanstellung erhielt. Und in diesen 16 Jahren musste er größtenteils unentgeltlich arbeiten, beziehungsweise nur gegen ein geringes Honorar. Man kann also sagen, dass diese Verhältnisse damals unumwunden als prekär bezeichnet werden können. Soviel kurz zu den beruflichen Aussichten. Nun zur Frage nach den Abschlüssen, die, wie ich ja eben schon angedeutet habe, etwas komplizierter ist und ich versuche es etwas einfacher darzustellen. Das Problem im ausgehenden 19. Jahrhundert war vor allem, dass an der Berliner Architekturabteilung kein Abschluss existierte, der den Absolventen auf dem freien Arbeitsmarkt nutzte. Das Studium war vollkommen auf den Staatsdienst ausgerichtet. Der ersten Staatsprüfung zum Regierungsbauführer und der zweiten zum Regierungsbaumeister. Die Berliner Architekturabteilung hatte also die Aufgabe, ihre Studierenden auf diese umfangreichen Staatsexaminer vorzubereiten. Ab den 1880er Jahren kamen dann an den preußischen Hochschulen die Diskussionen auf, das Diplom einzuführen. Es sollte sich an eben jene Studenten richten, die nicht im Staatsdienst arbeiten wollten. Die Berliner Architekturabteilung wehrte sich als einzige der preußischen Hochschulabteilung gegen diesen Abschluss und führte ihn einfach nicht ein. Sie erachtete einen Abschluss, der nicht zu einer Anstellung im Staatsdienst führte, als nicht notwendig. Damit genoss sie einen preußenweiten Sonderstatus und zwar für bald 20 Jahre dann. Fairerweise muss man aber hinzufügen, dass die anderen preußischen Architekturabteilungen in Aachen und Hannover zwar das Diplom eingeführt hatten, die Teilnahme daran blieb aber aus. Das Diplom fand einfach auch in den 1890er Jahren noch keine Anerkennung. Weder in den Architektenkreisen noch daraus folgend bei den Studierenden selbst. Denn ein diplomierter Architekt galt als jemand, der an den Staatsprüfungen gescheitert war. Und wer lässt sich seinen Scheitern schon zertifizieren? Diesen ganzen Hin und Her mit den Abschlüssen und deren gesellschaftliche Anerkennung setzte schließlich Kaiser Wilhelm II. 1899 ein Ende. Nach einem jahrzehntelangen erfolgreichen Widerstand musste jetzt auch die Berliner Architekturabteilung die Diplomprüfung einführen. 1902 erstellte sie dann ihre erste Diplomprüfungsordnung. Sie wurde zum deutschlandweiten Vorbild für die Architekturabteilung der anderen neuen Hochschulen, die diese Prüfungsordnung teils wörtlich übernahmen. Damit war ein wesentlicher Schritt vollzogen. Erstens zur Anerkennung des Diploms und zweitens zur reichsweiten Vereinheitlichung der Anforderungen an die Architekturstudenten. Es sollte aber noch mindestens zehn Jahre dauern, bis die Studierenden auch ganz regulär ihre Ausbildung mit den Diplomprüfungen abschlossen. Denn im privaten Bausektor fanden die Absolventen auch ohne diesen Abschluss eine Anstellung. Also etwas, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Und das heißt natürlich auch, dass sie das Diplom einfach nicht brauchten. Dies erklärt aber auch, warum so manche Architekten keinen Hochschulabschluss besaßen und trotzdem ein internationales Renommee genossen. Ich denke hierbei beispielsweise an Walter Gropius. Er hat sich ja zeitlebens damit gerühmt, dass er sein Studium 1908 abgebrochen und nicht an den Diplomprüfungen teilgenommen hatte. Damit schuf er einen Mythos, dem die Architekturhistoriker bis heute unhinterfragt glauben. Unter ihnen leider auch sehr renommierte Architekturhistoriker. Dies konnte natürlich auch nur passieren, weil sich bisher niemand mit der Bedeutung des Diploms für die Architekten am Anfang des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt hat. Spannend. Dieser Mythos von Gropius habe ich bis jetzt auch mal so als gegeben hingenommen. Ja, das ist auch erst vor wenigen Jahren von einem renommierten Architekturhistoriker eine Biografie zu Gropius herausgegeben worden, wo eben das auch nochmal wiederholt wurde, dieser Mythos. Interessant. Ein anderer der Absolventen, die sich durch diesen Wirrwarr an Abschlüssen erfolgreich durchgeschlagen haben, war ja einer der berühmtesten deutschen Architekten, nämlich Hermann Mutesius, der auch für uns als historische Kommission zu Berlin insofern eine ganz besondere Bedeutung hat, als dass er den sogenannten Mittelhof, eine ehemals im Privatbesitz befindliche Villa in Nikolassee, entworfen hat, in der seit 1976 die HIKO ansässig ist. Abgesehen von diesem persönlichen Beispiel, welchen Einfluss hatten die Architekten der Technischen Hochschule sonst noch auf die Stadtentwicklung Berlins und welche Wirkung ging von ihnen darüber hinaus für die Strömung im Baustil der Modernen insgesamt aus? Oh, das sind zwei Fragen auf einmal, die eigentlich eine gesonderte Podcast-Folge benötigen würden. Ich versuche es mal. Also, wenn wir uns in Berlin umschauen und die Bauten betrachten, die etwa zwischen 1880 und bis in die 1930er Jahren, vielleicht auch bis in die 1960er Jahren entstanden sind, dann möchte ich behaupten, dass der Großteil von ehemaligen Berliner Architekturstudenten entworfen worden ist. Ausgenommen sind hierbei die sogenannten Mietskasernen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, beispielsweise in Kreuzberg. Für diese waren zumeist die Bauhandwerker verantwortlich und nicht die Architekten. Aber von den Villenkolonien im Südwesten Berlins über die verschiedenen evangelischen und katholischen Kirchen bis hin zu den großen Schul-, Verwaltungs- und Justiz- und Museumsbauten, all diese Bauwerke, die das Bild der Stadt so sehr prägen und auch die Dominanten im Stadtraum bilden, gehen zumeist auf die Absolventen der Berliner Architekturabteilung zurück. Und wenn wir konkrete Namen und Werke benennen wollen, seien beispielsweise der Berliner Funkturm von Heinrich Straumer, die Gebäude des Flughafen Tempelhof von Ernst Sagebiel erwähnt, oder aber auch die Berliner Philharmonie und die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz von Hans Scharun. Bei einer solchen Aufzählung dürfen wir natürlich nicht die Berliner Weltkulturerbestätten vergessen, die Siedlungen der Moderne. Zu ihnen zählen die Weiße Stadt in Reinickendorf, die Hufeisensiedlung in Britz oder die Wohnstadt Karligin im Prenzlauer Berg und natürlich die sogenannte Tuschkastensiedlung in Falkenberg. Sie stammen von bedeutenden Architekten wie Bruno Tau, Hans Scharun, Martin Wagner oder auch Walter Gropius, den wir eben schon hatten, ab. Werke von Absolventen der Berliner Architekturabteilung finden wir aber nicht nur oberirdisch, sondern auch unter den Straßen, so wie Alfred Grenanders bunt gefließte U-Bahnhöfe der BVG, beispielsweise am Alexanderplatz, am Hermann- oder Wittenbergplatz. Das sind natürlich alles ganz unterschiedliche Bauten aus unterschiedlichen Zeiten und mit auch unterschiedlichen Anforderungen. Sie prägen bis heute das Berliner Stadtbild und sie beeinflussten maßgeblich auch die internationale Architektur der Moderne. Aber in allen ist gemein, dass ihre Entwerfer dieselbe Ausbildung genossen haben. Hinzu kommt, dass viele der in Berlin ausgebildeten Architekten später emigrierten, so wie Walter Gropius, der 1919 ja das staatliche Bauhaus begründet hatte und später in die USA auswanderte, wo er als Professor die nächste Generation Architekten ausbildete. Lotte Kohn wiederum, sie gehörte mit Elisabeth von Knobelsdorf zur ersten Generation der Berliner Architekturstudentinnen, emigrierte in den 1920er Jahren nach Palästina. Mit ihren dort entstandenen weißen und kubischen Bauten ging sie als Baumeisterin des Landes Israel in die Architekturgeschichte ein. In Palästina lernte sie auch den Architekten Alexander Berwald kennen, der ebenfalls in Berlin studiert hatte. In Haifa, und das finde ich ganz besonders interessant, gründete er dann das Technion nach dem Vorbild der Berliner Hochschule. Sie sehen also, dass die Architekten und Architektinnen, die in Berlin studiert haben, das Berliner und auch das internationale Baugeschehen geprägt haben. Ihr an der Hochschule erworbenes Wissen haben sie weiterentwickelt und damit nachhaltig auch die Architekturgeschichte geprägt. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich schon mal auf jeden Fall eine große Liste an Wochenendausflügen, die ich nochmal in Berlin unternehmen kann und unsere Zuhörer natürlich auch. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch etwas weiter mit der Architekturausbildung im Kaiserreich beschäftigen wollen und die Wartezeit bis zum Erscheinen näherer Dissertation überbrücken müssen, hätten Sie vielleicht noch ein paar einstiegige Literaturempfehlungen für uns? Oder gibt es vielleicht noch andere Orte oder Gebäude in Berlin, an denen man das Werk einiger der damaligen Studenten besonders eindrucksvoll angucken kann? Ja, was die Literatur zur deutschen Architektenausbildung während des Kaiserreichs angeht, wird es tatsächlich schwierig, denn ich hatte eingangs erwähnt, dass ich das Thema zum ersten Mal bearbeite. Ich kann Ihnen deswegen leider auch nur meine eigenen Aufsätze empfehlen, auch wenn das etwas angeberisch wirkt. Online-über-kunsttexte.de ist ein Aufsatz über Karl Schäfer zu finden. Er zählte zu den prägendsten Lehrern der Berliner Architekturabteilung. Bei ihm hatten unter anderem Hermann Mutesius, Hans Pölzig und Fritz Schumacher studiert und sie hatten ihn als einen der bedeutendsten Lehrer aller Zeiten auch bezeichnet. Im Sommer erscheint bei der Historischen Kommission dann ein Tagungsband zum Thema Groß Berlin, Sie sind ja eingangs schon darauf eingegangen, mit einem Text über Theodor Göcke. Ohne ihn wären die genannten Berliner Siedlungen der Moderne nicht zu denken. Und wenn man ein paar schöne Architekturzeichnungen ansehen möchte, kann ich das Online-Angebot des Architekturmuseums der TU nur empfehlen. Die dortigen Mitarbeiter und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren ihre Sammlungen digitalisiert und online gestellt und man kann sich quasi bequem von zu Hause aus zahlreiche Entwürfe von Architekturstudierenden ansehen, die ich auch für mein Dissertationsprojekt untersucht habe. Und zu diesen möglichen Orten, also ganz speziell sozusagen, wo man richtig die Architekturlehre auch absehen kann, fallen mir zwei ein. Einmal die Oberbaumbrücke von Otto Stahn und der Berliner Dom von Julius und Otto Raschdorf. Beide Bauten sind in den 1890er Jahren entstanden. Die Oberbaumbrücke stammt von einem ehemaligen Studenten und der Dom von einem Professor. Und man kann an diesen beiden Bauten sehr gut ablesen, was den Studierenden in den Entwurfskursen für die Architektur des Mittelalters und für die Architektur der Renaissance beigebracht wurde. Denn viele der Zeichnungen aus diesen Entwurfskursen sehen diesen beiden Bauten tatsächlich sehr ähnlich. Und dann zu den ab den 1920er Jahren entstandenen Wohnsiedlungen der Moderne lässt sich noch zeigen, wie der Einfluss von Theodor Göckes Vorlesung über sozialen Städtebau und die Wohnungsfrage für Einkommensschwäschere sich ausgewirkt hatte. Diese drei Beispiele zeigen aber auch, also die Oberbaumbrücke, der Dom und die Wohnsiedlung, wie sehr sich die Architektur in diesen 40 Jahren fortentwickelt hatte. Ja, vielen Dank. Das war jetzt quasi ein paar Vorstritt einmal durch die gesamte Architekturausbildung und auch ein guter Einblick in viele Strukturen damals an der Hochschule und im Architekturwesen in Preußen. Ich habe sehr viel gelernt, auch wenn ich selbst allein wegen meines mangelnden Zeichentalents nie an ein Architekturstudium gedacht hätte. Aber es war trotzdem spannend, die Ausbildung der Architekten nachzuverfolgen, deren Werke wir ja auch heute in der Stadt überall noch sehen können. Vielen Dank, Frau Fink. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, wie gesagt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.